Musik Wenn du Klavier spielst und wenn du zwischen 6 und 11 Jahre alt bist, dann habe ich etwas ziemlich Interessantes für dich. Du kannst wertvolle Musiknoten vom Hähnle Verlag gewinnen, wenn du richtig gut spielst, auch einen unserer Geldpreise. Ich bin der Chef des Hähnle Verlags aus München. Mein Name ist Wolf-Dieter Seifert. In diesem Jahr, 2023, feiern wir unseren 75. Geburtstag. Und deshalb lade ich dich ein, teilzunehmen am Hähnle Klavierwettbewerb für Kinder auf YouTube. Es ist schon das zwölfte Mal, dass wir einen solchen Kinderklavierwettbewerb durchführen. Und tausende von euch haben schon einmal oder sogar mehrmals am Hähnle Wettbewerb teilgenommen, was ich ganz toll finde. Deshalb kennen viele von euch und eure Eltern, eure Klavierlehrer, Klavierlehrerinnen schon die Teilnahmebedingungen und die Regeln. Falls nicht, besucht einfach unsere Website oder geht mal auf den Hähnle YouTube-Kanal. Alles, was du in diesem Jahr tun musst, ist eines der wunderbaren lyrischen Stücke von Edward Grieg, dem Komponisten aus Norwegen, zu spielen. Wir bieten eine ganze Menge an Kriegnotenausgaben. Du suchst einfach ein schönes Stück aus und spielst es uns vor. Ich wünsche dir auch in diesem Jahr ganz viel Spaß und natürlich viel Glück. Ich wünsche dir auch in diesem Jahr ganz viel Glück. Ich wünsche dir auch in diesem Jahr ganz viel Glück. Ich wünsche dir auch in diesem Jahr ganz viel Glück.